Mir ging es einfach gar nicht gut, mir ging es immer schlecht, ich habe keine Luft mehr bekommen, das Asthma wurde schlimmer, mir tat alles weh, ich habe mich einfach nur noch elend gefühlt. Ich wurde halt immer schwergewichtiger und hatte Probleme mit Muskeln und Nacken und so und habe so viel Bauchfett gehabt, es hat mich so nach vorne gezogen, da ging nichts mehr, Treppen steigen und so, das war alles nur noch mit Schmerzen möglich, ich habe wirklich echt viel Muskelschmerz gehabt. Ich konnte das nicht mehr, ich muss irgendwas machen und das hätte ich alleine nicht geschafft. Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview, heute zu Gast die Tanja, stell dich am besten mal ganz kurz vor, woher kommst du, wer bist du, wie alt bist du, was machst du beruflich, wenn du es sagen möchtest. Also ich bin die Tanja und bin 53 Jahre alt und habe bis jetzt in Münsterland gelebt und bin jetzt in die schöne Eifel gezogen und arbeite freiberuflich als Hebamme. Ja, okay, du bist heute hier, weil du mit uns das letzte Jahr oder die letzten zwölf Monate, haben wir ja nachgesehen, so ziemlich genau mit uns zusammengearbeitet hast und viel Gewicht verloren hast, über 35 Kilo insgesamt. Ja, wenn man das mitzählt, als ich alleine angefangen habe, ja. Du hast alleine angefangen, kommen wir gleich zu und dann innerhalb der Zusammenarbeit sind es glaube ich, stand jetzt 33, x Kilo. Okay, kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber das Thema Diät, Abnahme, wann wurde es das erste Mal zum Thema für dich in deinem Leben? Also wenn ich ganz doll zurückblicke, dann eigentlich schon als ich Kind war, da habe ich schon immer gehört, du bist zu dick, so mach mal irgendwie was. Und in meiner Jugend habe ich Ruder-Leistungssport gemacht, da war das nicht so doll, aber danach, eigentlich nach dem ersten Kind. Und dann wurde es halt, es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. So quasi Anfang der 20er. Ja, genau. Okay, das heißt, wenn ich mir so eine Kurve vorstelle, ich mache es mal für die Kamera, dann warst du zu Anfang, warst du als Kind übergewicht, dann hast du Sport gemacht in der Jugendzeit. Und nach der Schwangerschaft, ging es dann bis jetzt immer geradewegs nach oben oder gab es da immer mal wieder Phasen, wo du dann wieder viel abgenommen hast? Wie sieht die Kurve aus? Also das Letzte, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich noch ein kleines bisschen weniger gebogen habe als jetzt, war kurz vor der ersten Geburt meines Sohnes. Und danach ist es... Vor 30 Jahren quasi. Ja, etwas mehr als 30 Jahre. Genau. Und dann ist es raufgegangen in der Schwangerschaft schon und ich habe das ein bisschen wieder runtergekriegt. Und dann kam das nächste... Ich habe sieben Kinder und kam dann das nächste Kind und es ist halt von Kind zu Kind irgendwie immer mehr geworden. Zwischendurch habe ich dann mal ein Programm mit ärztlicher Aufsicht mitgemacht. Da hat man so Astronautennahrung zu sich genommen. Also ein halbes Jahr wirklich nur Tüten trinken. Und das war aber mit psychologischer Begleitung. Ich habe damals schon 150 Kilo gewogen, habe dann 70 abgenommen und hatte es aber relativ schnell wieder drauf, weil nach dem Tütenessen gab es nichts mehr. Und du musstest alleine wieder reinfinden. Und dann habe ich diverse Sachen ausprobiert. WW, Stoffwechsel, FDH und habe geguckt, ah, vielleicht macht noch irgendjemand mit. Und es hat aber nie... Es hat immer dann, wenn ich in meinem Leben, wenn sich was verändert hat, bin ich, glaube ich, ein Frustesser oder vielleicht auch ein Stressesser gewesen. Und es ist immer wieder hochgegangen. Und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, jetzt ist auch egal. Zu welchem Gewicht ist das dann geschwankt? Zwischen ungefähr... Also das Höchste, was ich hatte, waren ungefähr 150 Kilo. Dann habe ich 70 Kilo abgenommen. Also ja, wenn ich daran denke, diese 80 Kilo hatte ich vor Beginn meiner ersten Schwangerschaft. Ja, also ich laufe schon ziemlich lange immer über 100 Kilo rum. Und dann bist du jetzt 2022 irgendwie auf uns gestoßen. Erzähl mal, wie war der erste Kontaktpunkt? Wo hast du mich das erste Mal gesehen? Das war im Internet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe gestöbert, habe geguckt, was kann man denn jetzt irgendwie machen, um Gewicht zu verlieren. Diese Stoffwechselgeschichte habe ich, glaube ich, eine Woche gemacht. Dann war es über. Das war nicht das Richtige. Und ich wurde halt immer schwergewichtiger und hatte Probleme mit Muskeln und Nacken und so. Und habe einen Heilpraktiker aufgesucht und einen Osteopathen. Und der Osteopath hat mir dann erklärt, dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel Gewicht habe, wird das da hinten bei der Schulter nicht besser. Und es gab dann halt einen Tag, da habe ich mir einen Nerv eingeklemmten Atemmuskel. Und es wurde nicht, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Und weil ich dich immer wieder mal im Internet gesehen habe, habe ich gedacht, den kontaktiere ich jetzt. Und habe sofort gewacht und habe wirklich Angst gehabt, dass man mich nicht nimmt, weil, keine Ahnung, also ich wusste die Kriterien ja nicht. Und habe wirklich gedacht, hoffentlich machen die das, hoffentlich machen die das. Und die erste Überraschung war schon, als dann klar war, ihr ruft zurück. Ihr habt auch wirklich auf die Minute zurückgerufen. Das fand ich erstaunlich. Und es war ein Feiertag, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich nur gedacht, wow, cool. Gab es denn, du hast jetzt gerade erzählt von deiner Schulter und dem Übergewicht, gab es denn abgesehen davon noch andere Dinge, die dich, ich sage mal, gestört haben? Ja, ich bin in den Wechseljahren gewesen und ja, immer noch. Und ich habe Blutdruckspitzen gehabt von über 160, wo kein Mensch wusste, was ist das gewesen. Und bin deswegen auch zweimal im Krankenhaus gewesen. Die haben mich auf den Kopf gestellt, die haben nichts gefunden, gar nichts. Der Blutdruck ging dann auch wieder runter. Und mein Hb1c-Wert, ich habe regelmäßig Checks machen lassen, der war schon so knapp unter sechs. Das ist er inzwischen auch nicht mehr. Mir ging es einfach gar nicht gut. Mir ging es immer schlecht. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Das Asthma wurde schlimmer. Mir tat alles weh. Ich habe mich einfach nur noch elend gefühlt. Und dann hast du ja gesagt, der Schlüsselmoment war im Prinzip dann das, von dem du gerade erzählt hast, wo du meinst, okay, jetzt reicht es und jetzt... Ja, weil es nicht mehr auszuhalten war. Also mir war einfach klar, auch durch den Osteopathen, der war großartig, der hat gesagt, du musst irgendwas ändern. Ich habe so viel Bauchfett gehabt. Das hat mich so nach vorne gezogen. Da ging nichts mehr. Treppen steigen und so, das war alles nur noch mit Schmerzen möglich. Ich habe wirklich echt viel Muskelschmerz gehabt. Meine Verdauung war nicht in Ordnung. Da waren ganz viele Sachen. Und das hat mir echt den Rest gegeben. Ich muss irgendwas machen. Und vielleicht kann der mir ja helfen. Also du. Und wieso oder was waren so die Punkte, die du jetzt bei uns, bei mir gesehen hast, dass du dann zur Überzeugung kamst, okay, da, das könnte diesmal was sein. Weil ich meine, du bist ja davor quasi ja mehrfach, ich sage mal, gescheitert zumindest oder haben die Abnahmen nicht langfristig geklappt. Ja, genau. Ich bin dann hergegangen, nachdem ich ja wusste, dich gibt es irgendwo und habe gedacht, wie heißt der denn nochmal? Und habe das gegoogelt und habe dann angefangen, mir sämtliches Infomaterial anzuschauen und auch auf YouTube die Videos anzugucken. Und ich meine, es war die Gabi, die so ganz wahnsinnig viel abgenommen hat. Da habe ich gedacht, boah, krass. Und habe da mal richtig reingehört. Nicht mal nur so drüber, sondern reingehört und habe gedacht, also wenn das so viele sind und die Interviews kamen mir echt vor, dann ist das jetzt meine letzte Chance. Und habe dann gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und habe dann sofort Kontakt aufgenommen. Was glaubst du, wie sähe dein Leben aus, wenn du das Coaching jetzt nicht gemacht hättest? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich würde noch mehr wiegen. Ich könnte mich gar nicht mehr bewegen und hätte mich ganz aus dem Leben zurückgezogen. Zumal das auch in meinem Beruf. Ich habe mich ungewohl gefühlt. Als freiberufliche Hebamme musst du in die Häuser gehen. Du lernst Menschen kennen, die du vorher nie gesehen hast. Und wenn da jemand kommt, der so schwergewichtig ist, der japst, weil er in den fünften Stock muss, das ist uncool. Also ich glaube, ich würde mir da auch eine andere Hebamme suchen. Jemanden, der ein bisschen gesünder erscheint, würde ich jetzt mal so sagen. Ich konnte das nicht mehr. Ich habe angefangen, an meinen Klamotten rumzuzupfen. Und habe jeden Morgen vorm Schrank gestanden. Oder was ziehe ich denn jetzt an, damit ich einigermaßen aussehe, um ein vernünftiges Bild abzugeben? Es war total viel. Und ich hätte mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe immer weniger gemacht. Das ging nachher so weit, dass, wenn ich mit meinen Kindern einkaufen war, dass ich schon in der ersten Reihe geparkt habe und denen gesagt habe, und ihr holt den Einkaufswagen. Und heute parke ich ihn in der letzten Reihe und hole ihn selber und bringe ihn auch zurück. Okay, dann ist die Zusammenarbeit, oder beziehungsweise du hattest das Beratungsgespräch mit Marvin dann das längere. Ja. Haben wir ja vorhin darüber gesprochen. Gab es zu dem Punkt, oder an dem Punkt noch Zweifel an uns, an dir, dass das vielleicht nichts wird? Und einfach, ich sag mal, dass das Geld ins Leere investiert ist? Oder weißt du noch, wie du dich dabei gefühlt hast im Beratungsgespräch? Ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt gewesen bin. Und ich in Anführungsstrichen ein Handicap hatte. Und zwar vertrage ich nicht so gut Ei und nicht so gut Milch. Und musste gucken, dass es vegan geht irgendwie. Oder nahezu vegan. Und dann hat Marvin gesagt, das wäre kein Problem. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, aber nicht nachher, durch dieses Gespräch, was wir hatten, nicht, dass ihr das nicht leisten könnt, sondern ob ich das durchhalte. Und da war mir noch nicht so ganz klar, kriegt er mich wirklich so zu packen? Und manövriert mich auch durch die Stunden, die vielleicht mal nicht so schön laufen, die schwieriger sind in so einer Abnahme, auf so einer Reise. Und Marvin hat das relativ cool erklärt. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, was mache ich denn, wenn ich mit den Coaches nicht zurechtkomme? Und dann hat er gesagt, das glaubt er nicht, aber dann suchen wir was Neues. Und damit war es gut. Also für mich war wichtig, die beiden Menschen, die mich da begleiten, mit denen komme ich gut zurecht. Und ich habe eine Wahl. Und die habe ich ja letztendlich immer. Okay, dann ist die Zusammenarbeit gestartet. Weißt du noch, wann du so gemerkt hast, okay, das könnte diesmal klappen, oder das ist anders als vielleicht vergangene Abnahmen? Ich weiß, dass die ersten zwei Wochen, also die Pläne, die ich bekommen habe für zwei Wochen, die entsprachen mir. Es war also nicht irgendwie was, wo ich sage, boah, das esse ich gar nicht, sondern das habe ich vorher auch schon gegessen. Das war relativ leicht und ich war total motiviert. Ich glaube, es war so nach zwei Wochen, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich durchziehen. Ich habe nicht wirklich irgendwie einen Verlust oder so. Und ich kriege das irgendwie in meinen Alltag erstmal organisiert. Und ich hatte halt eben meine beiden Coaches an der Hand, die auch ganz regelmäßig da waren und sich immer wieder erkundigt haben. Und das tat so gut, zu wissen, ich bin nicht alleine. Ich habe da jemanden im Rücken, der kümmert sich mit. Und den kann ich immer wieder fragen. Und das hat sich dann über die Zeit auch aufgebaut. Also am Anfang war es wohl eher so, dass Fabian und Ines gefragt haben, wie geht es dir denn? Und nachher habe ich auch ein bisschen was von mir erzählen können, was dann geholfen hat, mich besser zu begleiten. Warum, glaubst du, hat die Abnahme diesmal funktioniert? Weil ich da im Background zwei Menschen hatte, denen ich nachher doch alles erzählen konnte. Das ging relativ schnell. Es gab auch Phasen, die waren blöd, weil ich mich komisch gefühlt habe. Und ich da wirklich alles loswerden konnte. Und was gut war, ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte halt mit Fabienne jemanden für meinen Kopf. Die hat dann immer gesagt, so und so ist das. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und die Ines war ein bisschen mehr was für meine Seele. Also da auch noch so ein bisschen Pflege. Und das war eine gute Kombi. Und das ist auch heute noch so, dass ich merke. Und wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt sind sie eingesprungen. Die eine für die Seele, die andere für den Kopf. Es war immer passend. So, als hätte ich das gebucht. Was hat sich alles in deinem Leben verändert jetzt nach den Monaten oder nachdem du im Prinzip bei uns gestartet bist? Ich bin viel aktiver. Ich habe viel mehr Spaß daran, mich zu bewegen. Früher war jeder Schritt und heute, wie gesagt, ich fahre in die letzte Reihe zum Einkaufen und laufe dann, damit ich meine Schritte zusammenkriege. Ich habe mehr Lebensfreude. Und was so ganz, ganz groß war, war, ich stehe nicht mehr vor dem Kleiderschrank und überlege mir fünf Stunden, was ich denn heute anziehe. Ich mache das einfach. Das war schon ganz viel. Durch diese Lebensfreude, die ich mehr hatte, habe ich mich auch wieder mehr rausgetraut. Und viele Dinge sind leichter geworden. Ich habe mehr Spaß mit meinem Enkelkind. Den kann ich jetzt inzwischen wieder tragen. Das ging alles nicht. Ich passe in kleine Lücken rein, wo vorher gar nichts ging. Ich konnte ein Haus streichen. Das hätte ich alles nicht machen können. Ja, ja. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Das erste Ziel, was du dir gesetzt hattest, innerhalb der Zusammenarbeit, das waren die? 85 Kilo. 85 Kilo. Genau. Okay, und jetzt, ich meine, du bist gerade noch dabei abzunehmen. Wie gesagt, 33 Kilo innerhalb der Zusammenarbeit und ich glaube, du hast gesagt, 37 insgesamt. Und du hast noch einen, fällt jetzt ein bisschen kleinen Weg vor dir. Ja. Aber was macht dich so sicher, dass die Abnahme diesmal anders ist? Weil das könnte ja jetzt auch jemand hier zusehen und sagen, ja, das ist jetzt wieder eine weitere Abnahme wie auch zuvor auch. Aber was glaubst du, oder was macht dich da so sicher, dass es diesmal anders ist? Ich habe ja, ich weiß jetzt nicht mehr wann. Ich glaube, ich bin jetzt, ich habe ein Refeed gestartet über mehrere Wochen, weil die Abnahme nicht mehr so war, wie sie hätte sein können. Und bin da auch durchgeführt worden und bin da auch durchgeführt worden und habe jetzt nach dem Refeed gemerkt, es geht wieder. Und spätestens als das Refeed angefangen hat, davor, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich das gecancelt. Also, dann wäre ich vielleicht wieder in alte Verhaltsweisen, so nach dem Motto, ist doch egal, zurückgerutscht. Habe ich aber nicht. Und aus dem Refeed wieder raus in meine Diätreise, ist es viel einfacher gegangen, als ich mir das vorgestellt habe. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Und auch, dass es funktioniert, trotz mehr Essen, dann nachher doch wieder abzunehmen. Ich glaube, da habe ich nicht so richtig dran geglaubt. Oder hätte nicht richtig dran geglaubt. Und das ist jetzt anders gewesen. Vielleicht zur Info für die Zuschauer, so Refeed oder, wenn man es genau nimmt, ist es quasi ein Dietbreak, eine Diätpause, kann man hier und da eben einstreuen, damit man eben dafür sorgt, dass quasi der Grundumsatz oder der Kalorienverbrauch einer Person, ja, ich sage mal, wieder nach oben geht, beziehungsweise, dass die Adaption nach unten eben nicht mehr so stark ist und man ja diesen Effekt quasi etwas minimiert. Und das haben wir ja bei dir einmal gemacht und seitdem geht es wieder, ich sage mal, munter voran. Genau. Was war für dich der, ich sage mal, der Hauptunterschied zu bisherigen oder zu anderen Methoden? Rückblickend erst einmal, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, sich wirklich da hinzusetzen, zu gucken, wen haben wir denn da überhaupt und was ist denn da individuell an dir, worauf müssen wir achten? Das hatte ich selbst, als ich diese lange Abnehmreise mit diesem Astronautenzeug hatte, hatte ich das so nicht. Und dann diese Gewissheit, da ist wirklich in jeder Minute jemand da, den ich anschreiben kann. Und ich hatte zwischendurch auch wirklich mal notwendig, was mache ich denn jetzt? Und diesen Rückhalt zu haben, immer zu wissen, ich kann, egal was ist, damit daherkommen und entweder die Fabienne oder die Ines haben eine Lösung. Und ich glaube, die Kunst ist dann einfach, das zu machen, einfach loszulaufen und sagen, okay, ich mache das und dann funktioniert das auch. Und den Unterschied hast du halt nicht, sonst heißt es halt ja, ist mal das eine ganze Weile oder ist mal das da oder du darfst dies nicht und du darfst das nicht und du musst dich aber viel bewegen, so und das hatte ich alles nicht. Es war wirklich individuell auf mich abgestimmt, auch mit dem, was ich privat überhaupt leisten kann in meinem alltäglichen Leben, in meiner Arbeitswelt und so. Gab es eigentlich, abgesehen vom Gewichtziel, auch, ich sag mal, andere Ziele, auf die du hingearbeitet hast, dass du gesagt hast, okay, ich möchte beispielsweise wieder in den und den Urlaub fliegen und das kann ich aber nur, wenn ich 20 Kilo leichter bin. Oder gab es da eben andere Ziele, die jetzt nicht rein auf die Zahl, auf der Waage abzielen? Ja, hört sich jetzt komisch an, aber ich war total scharf darauf, wieder in meinem normalen Bekleidungsladen shoppen zu gehen, weil in meiner Größe gab es das nicht, das kann ich wieder. Das war richtig cool. Und es gab in meiner Wohnung einen Stuhl, der war so ähnlich wie der und ich habe da nicht richtig reingepasst. Das ging nicht. Da sitze ich heute auch wieder drin. Das sind so solche Sachen. Oder meine Kinder fahren wahnsinnig gerne Achterbahn und ich kann mich an einen Moment erinnern, da wollte ich in so einen Sitz und musste aufstehen vor allen Leuten und in den XXXL-Sitz und der hat auch nicht gepasst. Ich konnte also nicht mitfahren. Das kann ich heute wieder. Und das haben wir auch gemacht. Das hat Spaß gemacht. Es gibt total viele Dinge, die früher einfach gar nicht, die gingen nicht. Überhaupt nicht. Ja, ja. Hat dein Umfeld auf deine Art noch mehr reagiert? Ja. Was haben die gesagt? Es gab ganz viele Menschen, die das mitbekommen haben. Erst nicht. Und irgendwann, so als die ersten 10, 15 Kilo gepurzelt sind, ist dann irgendjemandem aufgefallen, sag mal, was hast du denn gemacht? Ich so, ja, ich mache halt eine Abnehmreise. Ich habe meine Ernährung umgestellt und die wollte auch gar nicht so viel drauf eingehen. Und dann wurde das immer mehr. Es gab also total viele Leute, die dann jetzt letztens noch gesagt haben, boah, du hast aber viel abgenommen. Und dann habe ich dann gesagt, ja, danke. So. Und es gab aber auch Menschen, die Probleme damit hatten, dass ich, also wenn man abnehmen will, muss man halt, ja, irgendwo macht man, muss man weniger essen. Und es gab auch Menschen, ich glaube, Fabienne sagte damals, das war Neid, die halt vielleicht das nicht so schaffen. Und die waren nicht so freundlich. Das hat mich ziemlich runtergezogen. Und ich habe es aber mit den Coaches geschafft, das zu ignorieren und zu sagen, ich mache meins. Ich hatte also beides. Ich hatte auch, bist du krank? Haben wir ja schon öfters mal gehört. Nein. Oder das ist bestimmt der Stress. Nein, es war es nicht. Es war eine Ernährungsumstellung. Was würdest du denn generell sagen, jetzt so rückblickend die letzten Monate, fiel dir das schwer, das jetzt dran zu bleiben? Oder sagst du, das ist jetzt schon, ich sage mal, ein Automatismus und das geht so von der Hand. Wo würdest du dich da einordnen? Also grundsätzlich fiel das leicht, weil ich eigentlich das gegessen habe, was ich vorher auch gegessen habe. Ich habe ein paar Sachen weggelassen oder weniger gegessen. Kurz bevor das Refeed anfing, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe mehr Appetit, Lust auf Kohlenhydrate. Und dann haben wir was umgestellt. Und dann ging es auch wieder. Ne, ich habe nicht wirklich eine, also was meine Ernährung angeht, das war einfach. Ach. Oder hast du jetzt noch irgendwie das Gefühl, du könntest vielleicht wieder ein altes Muster zurückfallen? Nein. Warum nicht? Das ist so drin. Ich kann das gar nicht erklären. Also das wäre von meinem Kopf, wenn mein Kopf sagt ja schon, du wärst ja ziemlich dämlich, wenn du das wieder machen würdest. Dann gibt es auch eine Stimme, die sagt, du willst doch in die Klamotten reinpassen. Dann gibt es jemanden, der sagt, ey, es geht dir gesundheitlich viel, viel besser. Wollte ich auch fragen, warst du seitdem noch mal beim Arzt? Ich war beim Arzt. Ich hatte vorher einen Langzeitzuckerwert, der war so knapp vor, ich kriege einen Diabetes. Der ist jetzt, drunter liegt jetzt etwas über vier, der ist gut. Mein Blutdruck, ich hatte Blutdruckspitzen von 160. Keiner wusste, was da so war. Ich habe einen ganz normalen Blutdruck. Mein Asthma ist auch eigentlich fast verschwunden. Ich habe da keine Probleme. Ich bin einfach viel fitter und ich werde nicht mehr so viel krank. Wenn alle drumherum krank werden, ich werde nicht krank. Stimmt, da haben wir vorhin in der Küche drüber geredet. Ja, genau. Ja, ich fühle mich einfach viel, viel wohler. Ja, ja. Wenn jetzt eine Freundin, eine Bekannte auf dich zukommen würde und sagen würde, hey Tanja, du machst doch da diese Ernährungsumstellung mit Barman Coaching, kannst du mir das empfehlen? Was würdest du dann sagen, unter welcher Voraussetzung würdest du das der Person empfehlen? Was soll die Person mitbringen, damit du ihr sagen kannst, okay, das Ganze, mach das mit Barman Coaching, das wird erfolgreich. Sie muss das wollen. Also wirklich wollen. Ich habe auch schon einige Menschen getroffen, die gesagt haben, wie hast du das denn gemacht? Und gesagt, das habe ich mit dem Jan zusammen gemacht und die haben sich das vielleicht auch angeguckt. Aber vielleicht war der Leidensdruck nicht groß genug. Man muss das wollen. Vielleicht braucht es auch einen Schlüsselmoment, so wie ich hatte oder wie auch viele hatten. Ich weiß es nicht, aber man muss das wollen. Und die Notwendigkeit, glaube ich, dahinter sehen, dass es einfach ja auch nur besser werden kann. Es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden. Die Lebensqualität steigt, du fühlst dich wohler, du bist vitaler. Aber man muss es wollen. Dann vielleicht noch die allerletzte Abschlussfrage. Wieso hast du dich bereit erklärt, hier die Fahrt auf dich zu nehmen und in Interviews abzugeben? Weil ich das wichtig finde, dass Menschen sehen können, dass das wirklich echt ist. Also es gibt ja wirklich total viel online, wo was vertuscht wird oder so. Aber mir war wichtig zu zeigen, hey Leute, das geht wirklich. Und es geht relativ einfach. Es gibt immer ein paar Täler, aber dafür haben wir zwei gute Coaches an der Hand. Mit denen kann man das managen. Und mir war wichtig, ja, das geht wirklich. Es ist echt. Ja, ja, ja. Cool. Dann erstmal vielen Dank dafür. Hallo. Und dann gehen wir gleich schön was essen. Und wenn du hier vielleicht auch gerade zusiehst und dich in Tanja irgendwo wiedergefunden hast, dann melde dich gern unter www.janbarman.de auf ein Erstgespräch. Dann schauen wir uns deine Situation mal völlig unverbindlich an. schauen eben, wo bei dir auch die Stellschrauben sind, um dann eventuell über die nächsten 6, 12, vielleicht auch 18 Monate gemeinsam, ja, deine Wohlfühlfigur zu erreichen. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.